Jetzt steh schon auf! Der Junge muss in die Schule! Er muss was essen! Er muss stark und mächtig werden! Wie ist der Vater! Ok, ok. Mach schon! Es ist zu spät! Steh auf! Du musst in die Schule! Räum dich auf! Warum darf ich also wieder in die Schule? Du bist kein Junge! Du darfst nicht mitfahren! Nimm es nicht so persönlich, mein Kind! Und es ist wichtig, dass alle gleichberechtigt werden! Egal ob Mann oder Frau! Was erwartet? Ja, das war es! Wir kommen zum nächsten Mal! Nach einer Seite! Untertitelung des ZDF, 2020